Diese hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab Oktober 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf unter Bilk. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der möblierten Wohnung liegt bei ca. 30 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 590 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt mehr. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf.